Guten Tag und Willkommen zu TTT, zu den ganzen Idioten wieder hier, ihr seht's, Goom, Andi, Exe, Flori, Grievous, 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 Ich war nicht im Shop, Idiot! Was macht die denn da? Nein, die Exe explodiert das TNT. Andi! Verpiss dich. Ich hätte dich mal da raus. Andi! Jo, er hat auf mich geschossen! Ich hab ein Schwein für dich, hier. Was ist ein Schwein? Da war ich noch. Andi, es ist die erste Runde! Oh Gott! Warte, warte, warte. Du Mist. Ich dachte es ist für Andi! Oh, sorry! Fuck! Das ist neustisch! Andi ist es tatsächlich! Ja. Und der hat mich angeschossen. Hey? Andi hat Andi erschossen, ja? Ja, und Andi hat mich angeschossen. Hm. So. Grievous? Nein! Ja bitte. Du kriegst uns ne gegeilten Diego. Heißt, ich bin Proven, wer ist noch Proven, wer hat ihn umgebracht? Wer hat ihn umgebracht? Wie ist er denn? Wer hat ihn umgebracht? Ich glaub Hexe ist es niemand. Ich glaub, wir sind sechs. Ja bitte. Ey, ich wollte noch nicht angeschossen. Ohhhh. Warum? Du erschiebst, Juni? Achso, du warst auch Trader. Wir sind ja drei Trader. Wir haben drei, ja. Wann war? Hast du das nicht umgestellt? Ey, Johanny. Man sagt Idiot nicht. Wann war? Ja, was dann? Wann war? Holzköpfe. Mein Mikrofon war aus. Ich hab Animation. Hast du eingestellt jetzt? Hab ich eingestellt. Okay, das gilt dann wohl für die eine Runde jetzt nicht. Eigentlich war das schon vorher eingestellt. Ne, wenn's noch im Preparing war, dann zählt's noch nicht. Ne, ne, es war ja schon davor. Ich war ja, das war in der Runde noch. Okay. Oder die haben den Befehl geändert. Oder du hast den falsch eingestellt. Ne, achso, ich hab dir den falschen gesagt. Sorry, ich muss kurz in den Chat schreiben. Ach, super. Das ist ja sehr intelligent gewesen. Echse kauft, Echse kauft. So, hier. Ah, okay. Ja, das war klar, das ist nicht gegen. Habt ihr nicht sowas wie Mirrorsfade? Ne, haben wir runtergetan, weil... Kandidieren zu unfair. Mhm. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich find's eigentlich theoretisch so. Alter! Hab ich immer mit Mirrorsfade immer. Ja, ich weiß, ihr holt das aber auch so oft. Der Deta hat immer Mirrorsfade. Ja, gut. Alter, ist das laut. Bei wem ist das? Was? Wer wohnt schon wieder auf der Autobahn? Vor allem für den Flughafen meinst du? Normaler ist ja Nico, aber der ist ja heute nicht da. Oder Flughafen ist sogar noch besser. Schreibt sogar noch den Lärm. An die Handen, Vogel! An die Handen, Vogel! Das wusste ich. Wow! Explodiert! What? Wut? 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 Irgendwie so... Jja... Oh... Jja gut! Was hast du denn? Schwein! Kann man Leider nicht töten... WTF! Ach so... Hier ist das Ding anscheinend gelandet. Da liegt einer? Jaja... Wahrscheinlich vom... Ähm... Wieso nicht, ob ich den tauchen soll? So warum nicht! Ich bin die Vertrauenserweckendste Person im Gang! Ich war mit der Terroristüş. Anwar verwechselst du grad oder hast du irgendwelche, wie heißt es? Persönliche Entspaltung? Persönliche Entspaltung? So rum. Weiß ich nicht. Boom ist tot, aha. Drummer, du könntest es auch sein. Warum denn ich, ne? Was hast du gerade in der Hand gedacht? Ey, Johanny! 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 Auf dem Bugplatz! Oder was auch immer das ist. Drummer, 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 Drummer! Oh. Wo ist denn der? Der Tod. Hä, wie viel haben wir denn? Haben wir schon wieder drei? Oh, Wann war doch Johanny! Nö. Johanny! Johanny! Jetzt ist es endlich geändert, Wann war. Ich hab mir gefreut, dass wir heute mal gesagt haben, Andi hat nen Vogel. Exaktisch für ne Friendshipper bekommen. Da hab ich ne Brandkarte drauf und dann würde ich mich deswegen umbringen. War gut, ne? Wann war, muss es nicht nochmal 034 sein? 034 hab ich ja gemacht. War das Johanny? Nee, das war ich. Ja, ja. Nicht, dass uns gleich der Server abkackt. Ich hab die in der Hand gehabt und der tut mich umbringen. Das hätt ich mir jetzt schon gemerkt, glaub ich. Hoffen wir jetzt mal nicht, dass wir rundschneider Serbs abkacken. Ach, Quatsch! Ja, ja. Ja, Komma und Punkt machen, Gusten. Ja, Punkt, Komma, Strich. Wahrscheinlich haben wir jetzt gar keine Traitor. Dann wär die Runde sofort vorbei gewesen. Ach, Papa, Papa. Richtig. Die Runde ist deshalb nicht sofort vorbei, weil... Deshalb weiß er, ich bin ja trotzdem Twitter. Alter. Ups. Hey, das macht man aus, Marion. Hast du mich da bitte wo? Oh, auf Wasser, Disco. Wo? Alter! Das ist direkt in Flache. Ah, verdammt. Habt ihr schon das TNT-Entschärft? TNT? Welches TNT? Oh, welches TNT? Ach, das exklusive. Oh, kann ich die haben? Ja, TNT ist immer exklusiv, wann war. Weißt du nicht? Das ist keine Dumpfnudel, das ist Winchester. Dumpfnudel? Ach, da ist er. Warte, geht er weg. Nur reich, Entschärft. Dumpfnudel. Ja, mit beiden Lösungen, aber. Ja, Dumpfnudel. Hatte ich heute. Wie viel Traitor wird er eigentlich? Oh, shit. Wir dürfen jetzt nur noch zwei haben. Was ist das denn? Tschüsses, Traitor. Was? Du, warte. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Du hast doch grad hier einen Traitorraum oder irgendwas aktiviert. Diese Knöpfe sind voll die... Schweine! Ach so. Hoppla. Äh, hier ist Blut, aber ich weiß nicht, ob das... Äh, da haben wir aufpassen, dass ich da kann jemanden erschlagen nicht. Ich bin hier runtergefallen. Ich bin hier runtergefallen. Ja, ja, ich... Wetter an Schweine gesquelt. Einfach eingegangen. Wow! WTF? Was ist denn hier mit dem Schwein passiert? Das ist voll weggefetzt grad. Das Schwein? Was ist denn Andi denn? Andi ist tot, oder? Aufpassen nicht selbst, ich hau unseren Stöpfel. Andi ist tot? Fuck! Andi ist im Untergrund. Andi ist im Untergrund, ja. What? Der war Traitor. Ja. Der Einzige, ich soll ihn nämlich fehlen. Ist schon länger da. Ja. Ich bin der Einzige gewesen. Das ist es ja. Einzige. Ja, irgendwann muss ich sterben. Wann war, du hast irgendwas falsch gemacht. Ich? Ja, wir hatten nur einen Traitor. Einen? Du musst auch 0.34 eingeben und nicht 0 Komma. Hör doch mal zu. Ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Boah. Ja, Komma ist deutsche, äh, europäische Schreibweise oder deutsche und Punkt ist englische. Ne, Punkt ist, äh, die von der, wie heißt das denn nochmal? Beziehungsweise amerikanische, englische. Die wirtschaftliche, äh, das ist die wissenschaftliche. Ja, das ist die wirtschaftliche, weil es eben die amerikanische ist. Richtig. Ja, aber ich bin Naturwissenschaftler. Hä? Ja, aber wenn ich 0.34 schreib, dann... Wieso bist du Naturwissenschaftler? Ich hab ja gedacht, du studierst Chemie. Ja, ja. Ist das Doppelbein gegrüßt? Scheiß, explodiert mal hier. Alles okay, alles okay. Hab bloß grad geschaut, ob hier die Tür aufgeht. Wenn du jetzt sagen willst, dass Biologen größere Naturwissenschaftler sind als Chemikater, dann... Alter! Ist das eine Beleidigung? Ey, da ist irgendein Tod. Ja! Drümmer! Moment, Moment! Oh nein! Irgendwo ist wieder dieses merkwürdige Ding. Schau mir mal kurz. Wann war die Waldfee? Wann war die Waldfee? Moment! Das will keiner. Okay, da ist jemand gestorben dadurch. Ja, eine Friendship Beam. Welcher Diot war? Sorry. Ich fürchte, glaube ich, was das war... Confirma, bitte. Ja, Moment. Ich hab'n Traitor wahrscheinlich getötet. Ganz software. Ja, ich bin proven. Okay. Ach, das ist der DT. Ist das Ding weg? Den juckt ja keinen. Echse, aha. Ja, er ist ein Erzsyphilis. Also es könnte Johanny gewesen sein im Friendship. Wir haben jetzt einen Traitor, ne? Eben einen Traitor. Ja. Ja, wann war, würde ich jetzt mal sagen. Warum das denn? Es könnte Johanny sein im Friendship. Ja, Johanny. Warum? Weil du da hinten gestorben bist. Ich bin ja nicht gelaufen. Weil du da hinten gestorben bist. Johanny ist der Meister für Friendship. Nein! Ich hab getroffen, also kann's dich nicht gewesen sein. Ganz ehrlich. Wie? Ich hab getroffen? Ich mach den jetzt weg. Ja, Johanny ist es. 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 Ich hab getroffen. Ich hab getroffen. Ja, genau. Vor allem wurde gesagt, da müsste er noch wieder belegt werden. Als besser kann man es ja nicht zugeben. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Aber du hast doch wirklich genau in dem Moment abgetroffen, wo dein Kollege an der selben Stelle gestorben ist. Ja. 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 Du hast wirklich den Moment abgewartet. Ja, oder ist der 5 mal gut. Je nachdem. Aber ich hab getroffen. Dieser Knick drin. Du hast die letzte Aufnahme auch getroffen. Also jetzt eben. Ja, Johanny. Gerade hast du dich verraten, ne? Ja, weil er getroffen hat. Nee, eigentlich genau umgekehrt wär's gewesen. Aber jetzt bin ich innocent. Und kann mit Florian auf den Nerf gehen. Ich seh einen Kummer. 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 Du schießt doch die Gegend. Was? Alter. Was? An den Diegelt. An den Diegelt. Ja. Kann er doch. Warum verfolgt ihr jetzt mich alle? Hm. Was? Hey! Wir haben hier angeschossen. Ach, Quatsch. Das ist ein Bild von... Aua. Nein, ich hab nichts gemacht. Hast du extra angeschossen? Nein! Anni war's. Anni war's. Ich empfie mich jeden. Guck ihr doch mal. Anni. Das ist doch Wooftops, oder? Guck mal gern random rum. Sieht so aus. Nein! Das ist auch ein Schwein. Nein! Das ist auch ein Schwein. Nein! Was ist das da? Das ist irgendeine... Nein! Anni! War das nicht die, ob du dich mit dem Fass umgehen würdest? Könnte sein, ja. Was ist das da? Das kann man, glaub ich, nicht beurteilen. Nein, nicht wirklich. Das sind nur die Bilder. Ach, das ist es! Das ist es! Ja, genau! Shoppen, Andi! Shoppen! Aua! Grievous! 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 Okay, Grievous! Ihr habt dich grad in der Elke gesehen. Wer hätte shoppen können? Wo ist der? Lass die Schweine da! Wo ist der? Lass die Schweine da! Hey! Garni! Lass die Schweine da! Lass die Schweine da! Lass die Schweine da! Das ist auf jeden Fall. Das wurde ja gebrochen. Ja, Andi, du weißt schon, dass... Du hast mich... Hallo, du hast mich auch runtergebasht. Ich hab jetzt Elke am neuen Leben. Scheiss. Du willst nicht mehr leben? Ich hab gesagt, ich hab Elke am Fack! Ja, Andi hat mich übrigens angeschossen. Blöde! Ey, warum schießt ihr auf mich? Ja, Andi, warum schießt du? Ja, Andi, warum schießt du? Ich hab dich gar nicht angeschossen! Ich hab dich gar nicht angeschossen! Das war eine Litte! Drummer! Lass die Schweine! Lass die Schweine! Nein! Woll dir jetzt töten! Ich hab Grievous gehört! Ich hab Grievous gehört! Ich hab Grievous gehört! Da hinten ist Johanni! Johannibel! Ja, was ist mit mir? Ist Johanni jetzt wirklich... Ist Johanni... Echt? Nein! Ey, Grievous ist es doch, oder nicht? Wir haben nur noch einen Traitor! Aber wir haben nur noch einen Traitor! Nein, zwei! Wo? Äh... Grievous ist da unten! Wo? Wo? Oh shit! Flori ist es! Warum treffe ich euch nicht, eh? Das ist so... Bis Flori! Ich bin Proven! Halt! Stopp! Ach so! Ist er ein Traitor? Okay! Ja! Ich hab nur noch 6 HP! Ja, wer lebt noch! Keine Ahnung! Bist du jetzt der Belebende? Grievous lebt noch! Sicher? Ja, Grievous hat anscheinend Echse getötet! Ah ja, stimmt! Das kannst du... Äh... 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 Ich glaube trotzdem nicht! Ich dir schon! Ich hab schon auf 56 HP runtergeschossen, und dann hab ich nur noch 6 HP gehabt! Also jetzt! Hier ist er! Hier ist er! Haha! Das wird lustig! Hä? Haha! Haha! Huhu! Hume! Oh Scheiße! Wuhuhuhu! Schade. Was war's? Wer hat mich bitte weggemacht? Ich war's, tatsächlich. Mit der Sniper. Ihr habt nur Shotgun-Schuss in meiner Nähe gehört, deswegen hab ich erwartet. Ja, das war aber auch Grievous war auf dir und ich hab alles keine Sniper. Nein, Grievous war auf mir, der war auf mein Deck von dir, ich hab mit der Digga auf ihn gesnipet. Nee, ich hab ihm meinen Rest gegeben einfach. Grievous ist mir überhaupt aufs Dach gestiegen. Gibt's gerne was, oder was? Zumindest hab ich ein grüßes Schaden gemacht. Hast du? Ja, ich hab dich mit der Digga getroffen, das ist das einmal. Ich hab dich, glaub ich, auf Hurt geschossen. Was ist denn das für eine... Achso, das ist die Strike. Achtung, weg da, weg da. Warte denn, willst du wieder ein Franchier-Beam schießen? Ja klar. Achso. Da weiß man nicht, wo der hingeht. Nee, ich treffe. Oh, der schießt einer. Oh, der schießt einer. Achso. Der will grad einen Zeilen in Schuss gerührt. Ja, das war extra. Mal gucken, ob das geht. Aha. Achso. Ah, das geht. Ist ja nice. Ja, das DNT anzahlen. Nein, ich kaufe nicht, ich rauche. Hast du schon Video auf dem Schweine totgemacht? Wann war? Ich? Zumal weißt du immer zu dem Mör. Nein. Grievous ist hart am Schottensee. Lodi, ich hab grad gesagt, ich kaufe nicht, ich rauche. Ja, ich zeig' ja bloß. Mach doch gleich ein Roll. Mach doch gleich ein Roll. Oh ja. Schweine schubsen. Oh, sorry, sorry. Du bist meistens schubsen. Oh, sorry, sorry. Du bist meistens schubsen. Was ist hier eigentlich? Ohhhh. Ohne Scheiß. Ohhhh. Ohhhh. Ich hab alles gesehen. Ja. Er ist mit vollem Schott gelaufen. Ohhhh. Alles, die Schweine kannst du verprügeln. Das macht den nicht draußen. Ohhhh. Wer ist sniper Reno? Wer ist sniper Reno? Wer ist sniper Reno? Ohhhh. Warum hat Andi keine Waffe? Weil ich grad Schweine verprügelt hab. Wir sind Wanva und... Willst du mal Schweine verprügeln? Wollen wir verprügeln? Ach, hast du diese... Diese... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Wie hat Wanva umgepumpt? Ne, du weißt nicht, wie sie heißt es und darfst es auch nicht wissen. Ja, das, was du da hast. Dieses Feuerding da. Ja, das, was ich hab, hab ich. Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist geil, ne? Ja, das ist die Schweine in Ruhe. Das ist die Schweine in Ruhe. Ich weiß nicht, was du genau gemeint hast. Oh, hey! Ja, dein Detail, Alter. Andi, Andi ist... Ja, ist gerade Andi. Was? Wo ist der denn? Ja, der ist halt... Kevin. Okay. Ähm, sollst du gestorben? Friendship, irgendwo. Friendship! Nein! Oh, ich hab's überlebt. War das knapp, Andi ist es definitiv. Was? 100% Alter, in der Regel hab ich dieses Lied! Andi ist tot. Mindestens einer ist tot. Ja, ich hab Andi ungenähtet. Aber... Ah, jetzt ist es okay. Jawoll! Hatte keine Punkte mehr. Doch, hatte Punkte. Du, wenn... Würde ich mal sagen. Der Starter ist mittig, einer Drummer ist mittig. Warte, ich confirm noch hinten die Leiche. Ja. Ist glaub ich Johanni wahrscheinlich. Wir sind... Johanni und... Mr. Wanwa, also Wanwa ist tot. Heißt, Goom oder Drummer. Wo ist wo hin? Oder du, natürlich. Ich hab... Warte, ich bin Detektiv! Ach so, ja gut. Und ich hab Andi ungenähtet, ne? Oder... Ich muss mir sicher sein, ich glaube, nämlich dann ist es Drummer. Ja, schau aber auf den Keller. Warte. 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 Ich bin mir... Glaub... Ich bin mir sicher, dass ich nur zwei Punkte hab. Ich seh nirgendwo einen anderen Punkt. Okay. Wo ist Drummer hin? Wieso? Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich war grad hier hinten, über die Tür. Aber es ist, glaube ich, keiner von euch im Keller. Weiß ich nicht, ne? Außer Goom hat nen Disguiser. Müsst ihr auch drauf aufpassen. Vielleicht läuft er mit nem Disguiser rum. Das kann natürlich auch sein. Gibt das... Hast du einen Radarpunkt, oder nicht? Ich hab zwei Radarpunkte, aber Disguiser einen Fernradarpunkt. Übrigens, er ist hier unten im Haus. War ich im Haus? Er ist unter mir. Ja. Ah. Ja. Ja, er ist im Haus. Verbindungstaktik. Ich hoffe jetzt nicht mal Goom hat sich in Disguiser... Wow, Alter! Was machst du da? Das war Verbindungstaktik. Gerade. Echse, nicht nachdenken. Ich denk doch nicht nach. Ja, das wissen wir. Ja. Ich hab nicht gesagt, ich denke. Ich mein, du läufst an meiner Leiche vorbei, aber... Wo waren deine Leiche bitte? Neben der von mir. Du tust nur glauben. Du tust nur glauben. Direkt neben... War die hier im Wasser? Wann war? Im Wasser. Achso, dann hab ich... Nicht weit entfernt. Ja, also... Andi hätte ich mich wahrscheinlich auch erschossen, ne? Was? leave. andi... Andi. Par Countdown. Wann war? Antre, found Warnti. Daniel, Wann divers. Er ist Amy N recall. Und... Oh, sorry. Du bist du mir nicht blind? hab ihn wo ist der Data? ich hab ihn mit drauf geschossen aber ich bin warte ich freu dich ich hab ihn mit drauf geschossen warte wer hat ihn jetzt konfirmt von euch ich ok äh Data nein wenn da noch Punkte drin sind ist Goom auch mal Proven sofern er wird geformt hat ja zwei stück ok ich hab definitiv nicht konfirmt ja das stimmt drummer oder johanni? ne johannis tot oder was? wollt ihr geheilt werden? äh ja wo bist du? rähling wo ist denn johanni? ich weiß nicht wie man das nennt Goom ist ja heile ne? ja ja ich bin da reingesprungen warte warte ich bin ja ja Jan belebt wen wieder noch wenn du Punkte hast also darf ich gar nicht wenn ich ihn sehe nein darfst du nicht belebt noch wen wieder belebt Flori mal wieder was darfst du? wen? darfst mich nicht töten was? ja warte das Ding darf man müsse der Wanwar töten? der ist im inneren immer Traitor hm so Flori äh Kopfbewegung weißt du wer Traitor ist? also nur weil er immer mal schade ist schade egal johanniii entweder du Herr Drummer es ist noch kein Friendship geflogen ja gleich kommt das ja gleiche kevin ja wo wirst du? ich hab 5 hp aua 5 hp? mhm warum? ähm nein nein oh mein Gott weg ist er wann war du wirst in meinen Schuss reingelaufen? ja ich glaub ich bin trotzdem die Explosion gestorben abstehen? ne 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 doch nicht ja stimmt du bist in meinen Schuss reingelaufen so wie doof war ich hatte ja nicht sehr viel Weg äh meine Frage sind wir der Flopper noch? ja ja weil ich hab mir den gerade gekauft und bin abgekloppt du hast die falsche Jihad geholt die Jihad äh lässt dich nicht durch Explosionsschaden töten die tötet dich einfach so ach Gott es gibt zwei Jihads die eine tötet die eine sieht so aus wie die wie es C4M-Dock das ist die Handy Jihad die ich genommen hab die Handy Jihad hattest du nicht die Handy Jihad war es nicht ne das war die normale da kam das Ululululu und nicht das äh Klingelingeling ja ja genau das Ulululu aha das Ululululu meine Jihad gibt's tatsächlich auch wusste ich gar nicht ja die ist halt Alter was ist denn hier schon wieder los? jetzt haben wir einen Backmittel jetzt geht's doch mal weg da hier Flori hier Flori was ist denn? oh da snipe hat die ja johanna johanni snipet johanna 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 ist auch immer eingemacht oh beim Haus Shotgun ja und Johanna ist am snipen ne Shotgun nicht war aber gerade oh ne ist äh war mal am snipen hey warte warte wer ist dir grad entgegen gekommen? wer hat das jetzt gesagt? niemand ich hab auf den Boden geguckt ich bin doch sehr traurig nee bist du grad von oben runter gesprungen? nein ach Leute ey ist irgendjemand gestorben grad bist du grad von oben runter gekommen? nein und dann wieder hochgegangen wann war es? vielleicht so äh ne ich bin hier über die Treppe vielleicht sollten wir erstmal die Leiche finden entweder du oder Flori habt die Leiche gefunden ne ist er auf dem Dach du oder Flori auf dem Dach? auf dem Dach war ich noch nicht einer von euch beiden warst auf dem Dach war ich echt nicht jetzt kann keiner irgendjemand ist mir entgegen gekommen äh was ist mit dem, was ist mit dem Sniper? der ist tot der wo ist warte 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 ich hab nen Shotgun Schuss gehört und da hat es jemand geschoben ja warte du kannst die Todesursache hier nachgucken Kevin ist KOS Kevin ist KOS warte warum das denn? ja was ich jetzt sage du oder Flori wahrscheinlich seid ihr sogar beide nein weil du ihn nicht erschießen willst da dann ist KOS nochmal da ist Florian KOS ich kann ihn nicht erschießen weil ich innocent bin du hast keine Shotgun aber du hättest sie wegschmeißen können ich erschieß die Leute dann wenn sie kommen ja ich hab keine Shotgun das ist jetzt WANVA und Flori killt euch einmal wobei WANVA ist wahrscheinlich ja jetzt einfach mal das muss keiner KOS sagen ihr müsst ja nicht auf Excel sorgen WANVA das ist da Excel hi hallo lol das hat eigentlich Kinschel entschieden oder? Dead Ringer wahrscheinlich Dead Ringer geh ich jetzt einfach mal von aus WANVA die Rüchse äh guck mal nach guck mal Todesursachen nach hast du ne Shotgun? ja der hatte keinen Dead Ringer der äh ist beim zweiten Schuss gestoppt ich hatte da nicht Flori umgebracht weil ich hab einen von den beiden aus der Richtung kommen sehen ja ich hab aber keine Shotgun na gut dann hab ich mich gehört dann tut's mir leid außer du hast sie weggeschmissen Flori irgendwie bin ich heute ziemlich gut dabei ich töte ganz viel Innocence fein gemacht oh Excel ist da tot Schau mal ooooo können wir schon mal machen Wienste? ja warte wer ist jetzt Traitor? so als Frage Flori ok ist irgendeine neue Map dabei? ja ich gucke tschüss 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 tschüss